Musik Einen wunderschönen guten Tag, liebe Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer. Mein Name ist Michael Billen, ich bin Abgeordneter aus Kaschenbach. Ich heiße herzlich willkommen zu meiner neuen Billen-Show, dem Podcast am Mittwochmorgen. Sie wissen ja, es gibt den einen oder anderen in der CDU, der vorhat, mich zu zerwirken. Aber Sie wissen auch, so leicht geben wir Billens nicht auf. Ich werde auch weiterhin für meine Partei tätig werden und, sofern er denn stattfindet, auch den Wahlsieg 2010, äh, zu 2011 mit meinem ganzen Charme unterstützen. Deshalb ruhe ich mich auch zurzeit aus. Das heißt, meine Fraktionszugehörigkeit, die ruht. Was das so genau heißt, das weiß ich auch noch nicht. Aber es heißt ja auch immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Während die anderen also jetzt eine Fraktionssitzung machen, sende ich jetzt live auf dem Eifel-Studio hier auf meinem Hofgut in Kaschenbach. Und damit ich nicht ganz alleine bin und ich jemanden zum Reden habe, da würde ich mich richtig freuen, wenn Sie mich hier bei mir im Studio anrufen würden. Meine Nummer ist die 05522333. Ja, hallo, mein Name ist Helmut K., ich rufe einen aus Ludwigshafen O. O. Hallo, Michael, ich wollte bloß sagen, ich finde es ungeheuerlich, wie die mit dir umgehen, da diese Landesparteiführung. Oh, was für eine Parteiführung. Ja, das sind doch richtige Wahrscheier, oder? Da kriegt der überhaupt nichts auf die Reihe da, der Ding da, wie heißt der überhaupt da? Also, das erinnert mich immer so an den Hintern damals. Also, Michael, auf alle Fälle, ich wollte dir bloß sagen, meine Unterstützung hast du, darauf mein Ehrenwort. Ja, danke, Helmut. Ja, das war's für heute, liebe Zuschauer. Ich komm wieder, denken Sie dran, darauf mein Ehrenwort. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020